Also, Sie möchten Ihren Kunden gerne etwas Besonderes geben. Etwas, damit Sie sie noch mehr lieben. Das letzte Mal haben Sie einfach einen Haufen Zeug gekauft und Ihr Logo draufgeklatscht. Leider haben Ihre Kunden aber schon Unmengen solcher Sachen. Und mal ehrlich, es ist doch ziemlich langweilig, einfach nur irgendwo das Firmenlogo draufzuklatschen. Boom! Jetzt gibt es Identity Games. Identity Games produziert maßgeschneiderte Familienspiele für Unternehmen. Und dabei wird nicht einfach nur ein Logo auf ein schon existierendes Spiel geklatscht. Nein, bei Identity Games erhalten Sie ein völlig neues Spiel. Das bedeutet, Sie bekommen Ihr eigenes Design, eigene Spielfiguren und eigene Spielregeln. Sie brauchen nur ein Treffen mit dem Identity Games Team zu vereinbaren. Und dann wird ein ganz neues Spiel für Sie entwickelt und produziert. So kommen Ihre Kunden, Partnerfirmen oder Mitarbeiter in Kontakt mit Ihrem Unternehmen. Und das auf eine echt spaßige Art und Weise. Ob es Weihnachten, ein Unternehmensjubiläum oder ein großes Treueprogramm ist. Schenken Sie etwas, das Spaß macht. Identity Games. Geben Sie Ihren Kunden etwas Besonderes.